Ich wünsche mir natürlich und hoffe und es ist das große Ziel für uns alle, dass wir die Champions League erreichen möchten. Das steht außer Frage. Wir wollen als Verein, als Mannschaft vieles besser machen, persönlich vieles besser machen, mehr involviert sein, einfach sein Spiel wiederfinden, wieder komplett fit zu werden. Die Qualität im Training ist momentan extrem hoch und es macht dann auch umso mehr Spaß, wenn das Training auf hohem Niveau stattfindet. Bis zum nächsten Mal. 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 Spoken in silence Blazing like sirens I can bring you out of the darkness Into the fiery light I know somewhere we could get away If you wanna find another place, love Disappear and never leave a trace I'll take you anywhere you want So let me disarm you There's an army of fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love who you really are Who you really are So let me disarm you 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 I just wanna love who you really are So let me disarm you So let me disarm you So let me disarm you There's an army of fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love who you really are So let me disarm you Unser großer Wunsch Und die große Vorfreude war Zusammen diese drei Wochen zu nutzen Und sie zusammen zu nutzen Und wirklich auch für eine Konkurrenzsituation Und auch für eine Stimmung viel mehr Auch zu sorgen Die dann es auch erlaubt Eine Aufholjagd zu starten In der Bundesliga So let me disarm you So let me disarm you